Musik Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich mache Ah, genau das ist der Grund, warum Nein Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf ShantyFun Ich hatte drei richtig verrückte letzte Wochen Musik 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 Wahrscheinlich habt ihr noch meinen letzten Vlog aus Buenos Aires gesehen Da war ich ja mit Marvin im Urlaub Und danach ging es weiter nach Miami und Tokio Das war so verrückt Ich habe kaum geschlafen Ich habe Marvin da auf zwei Drehs begleitet und habe Behind the Scenes Fotos gemacht Weil vielleicht wisst ihr es, dass ich ab und zu auch ganz gerne Fotos mache Nicht von mir, sondern von anderen Leuten Einmal waren wir in Miami mit Nico Santos und haben da sein neues Musikvideo gedreht Und dann waren wir in Tokio mit Alvaro Soler Den kennt ihr vielleicht von Ähm, wie geht das? La Sentura Sentura Ibarando Ibarando Übrigens haben wir da eine Szene in der Karaoke Bar gedreht Und wir brauchten natürlich Leute, die mit Alvaro feiern Und ich kenne eine einzige Person in Japan Und die habe ich 2013, als ich dort war, mit meinem Vater kennengelernt Vielleicht könnt ihr euch sogar noch an den Vlog erinnern, als ich dort war Das war's The Hedgehammer Körpers Körpers Jedenfalls waren wir da einen Abend in so einer Bar in Tokio in Asakusa, das wusste ich auch gar nicht mehr, das wusste die Person noch und da haben wir dann ein paar Leute kennengelernt und ein paar habe ich auch auf Facebook dann dort oder damals geedit und an einen konnte ich mich tatsächlich erinnern, wir haben seit sechs Jahren eigentlich keinen Kontakt gehabt, aber er ist mir sofort wieder eingefallen und dann habe ich ihn einfach gefragt, hey hast so Lust heute mit Video zu sein und Karaoke zu singen und da meinte er so, ja okay, warum nicht und dann war er da und es war mega mega lustig, er hat so eine coole Show abgeliefert, so ein lustiger Typ Und es war richtig süß, weil er mir danach dann auch geschrieben hat, this was an unforgettable night and I will never forget this, thank you so much. Jetzt bin ich weg in Wuppertal alleine, das erste Mal seit einem Monat. Heute bin ich richtig motiviert aufgewacht und wir haben einiges zu tun, deswegen legen wir los. Als allererstes Kokosöl. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr das benutzt und es flüssig ist, mir ist einmal ein, ein Kilogramm, nee gar nicht, es war mehr, es war, also es war auf jeden Fall so ein großes Glas Kokosöl, ist mir im Bad runtergefallen und es war flüssig und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie der Boden danach aussah. Und das lasse ich jetzt so lange einwirken, bis ich duschen gehe. Dann kommt eine Maske zum Einsatz und zwar diese hier, Arch Naturals Dead Sea Mud Mask. Die habe ich schon, glaube ich, fast ein Jahr. da, weil die hält echt Ewigkeiten. Dann fülle ich meine Wasserflasche auf und jetzt muss ich erstmal was trinken, weil ich fühle mich wie eine ausgerocknete Tomate. Oh Gott, jetzt macht er mir voll Angst. Oh, es ist nicht ganz dicht. Ich wasche jetzt gerade noch so Möchengläschen aus und mache dann das Etikett ab und dann kann man die für irgendwas anderes weiterverwenden. So, ich habe die Etiketten halbwegs abgemacht und jetzt lasse ich den Rest so ein bisschen einweichen und dann soll man die ganz einfach mit ein bisschen Olivenöl und Backpulver entfernen können. Das probiere ich gleich mal aus. So, sie sind sauber. Ich habe den Trick mit Backpulver und Olivenöl nicht anwenden müssen. Ich habe das einfach mit so einer Bürste gemacht. Das ging voll gut. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig und ich habe in Tokio zwei neue Foundations gekauft, weil ich tatsächlich das Make-up für Alvaro gemacht habe. Das war so ein bisschen spontan und da musste ich dann halt so ein paar Sachen besorgen. Und da habe ich diese zwei Foundations gekauft. Das ist die Studio Waterweight Foundation. Ich wollte halt nur sowas richtig leichtes haben, weil ich habe noch nie das Make-up von irgendwem anders gemacht und schon gar nicht von einem Mann und dann auch nicht so spontan. Hier einmal die NC35 geholt und die NC15 und ich kann sogar die hier so tragen, weil die ist auch gar nicht so krass deckend. Was ich ganz gut finde. Ich mag das ja immer nicht so gerne, wenn man das so stark sieht. In der ganzen letzten Zeit habe ich so gut wie nie Make-up getragen. Also im Buenos Aires habe ich nur in einem Tag einmal Make-up getragen, also in einer Woche. Was ich voll gerne mag, also vor allem so im Urlaub, finde ich, ist es dann am schönsten, wenn man kein Make-up trägt und dann noch schöner, wenn man dann vielleicht für einen Abend oder so sich mal fertig macht und sich dann richtig fresh fühlt. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen Concealer aufgetragen. Das ist von Bobbi Brown ein Concealer. Instant Full Cover Concealer. Also wirklich für Stellen, die eine Starke der Kraft benötigen. Dann der Hoola Bronzer. Ich habe übrigens auch diesen Bronzer. Das ist der Back to Bronze von L'Oreal und ich finde die Farbe an sich mega nice. Im Vergleich zum Hoola ist es schon sehr ähnlich, aber irgendwie gibt der einfach keine Farbe ab, habe ich das Gefühl. Da tut sich nichts auf dem Pinsel und man sieht nicht so wirklich was. Also wenn, da muss ich wirklich so zehnmal reingehen, aber es ist echt anstrengend. So, dann nehme ich den Gimme Brow in der Nummer 3, auch von Benefit. Ich muss sagen, meine Form finde ich jetzt nicht so toll momentan, aber ich bekomme es einfach nicht hin, meine Augenbrauen selbst zu zupfen. Das Einzige, was ich schaffe, ist so die abstehenden Härchen und Härchen drumherum wegzuzupfen, aber eine Form... Blush habe ich ganz vergessen. Der Nass Orgazin. Der Look wird auch nicht viel spannender. Das Einzige, was ich jetzt noch Spannendes mache, ist einen Lidstrich ziehen mit diesem Shiseido Eyeliner. Filzstiftspitze und ist so ein bisschen eingeschrägt und ist sehr dünn und ich finde den richtig gut. Und ihr könnt damit halt richtig, richtig dünne Linien ziehen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr halt wirklich nur so am Wimpernkranz entlang gehen. Aber eigentlich wollte ich mir jetzt einen Wing machen. Wie mache ich das jetzt? Also wenn ich mir einen Wing mache, dann ziehe ich mir erstmal so eine normale Linie übers Lid, eine Lidstrichlinie. Also einen normalen Lidstrich, eine Lidstrichlinie. Oh, die Linie ist echt nicht so gut geworden. Egal. Und dann schaue ich halt, ja, dieses typische Verfahren, wo das Ende meiner Augenbraue ist und wo ich den Lidstrich ansetzen will. Und dann verbinde ich, also dann mache ich einfach einen Dreieck und verbinde das mit dem Lidstrich, den ich schon gezogen habe. Super. Ich mache das einfach nochmal beim anderen Auge. Ich glaube, ich kann mich dann besser konzentrieren, wenn die Kamera aus ist. Lidstriche müssen keine Zwillinge sein, sondern nur Geschwister. So, I'm ready. Und ich fahre jetzt los zu dem Vincent. Das ist der beste Freund von Marvin. Und der hilft mir jetzt, ein Foto zu machen. Genau. Und dann muss ich noch kurz nach Dortmund. Und ja, so viel passe ich jetzt nicht. Also ich fahre jetzt erstmal zu dem Winnie. Wir nennen ihn übrigens immer Wunder-Winnie. Und ja, Marvin und ich sind Experten darin, uns unsere eigene kleine Fantasiewelt zusammen aufzubauen. Und Wunder-Winnie hat immer eine sehr schöne Rolle, weil er rettet immer alle und macht das Leben von allen Leuten schöner. Und kommt immer auf seinem Wunder-Winnie-Mobil durch die Luft geflogen mit einem, mit Düsenantrieb und Feuer und kommt dann und zündet Wunderkerzen an. Ich glaube, das finden nur Marvin und ich lustig. Aber ja, das ist Wunder-Winnie. Vielleicht werdet ihr ihn gleich kennenlernen, wenn ich nicht vergesse zu filmen. So, Wunder-Winnie ist schon fleißig am shooten. Ja, das ist Wunder-Winnie. Wir haben hier gerade echt ganz cooles Licht, weil die Sonne ist so hinter den Wolken. aber es macht ja ein schönes Licht und es ist arschkalt. Damit das Foto cool aussieht, bin ich tatsächlich so fake und hab diesen Pulli hier an. Aber es sieht dann zu schnell schon immer die Jacke an. Super. Kalt. Kalt. Das war richtig schön. Geil. 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 Okay, wir haben gerade eine lustige Fotoidee gehabt. Und zwar möchte ich mich auf diesen Nagellack setzen. Und dafür muss ich mich jetzt auf die Mülltonne hocken. Wunder. So. Lecker. Der Winker muss dann auch stimmen. Der Winker muss dann auch stimmen, ne? So. Ah. Und den. Ohne... lágen mal so. Wuuu, guten Morgen! Ich bin gejetlagged, aber ich muss sagen, ich feiere mein Jetlag eigentlich, weil ... weil ich voll früh müde bin, so gegen 9, dann wache ich aber schon so um 35 auf und hab dann direkt gestartet mit Videoschneiden. Es hat geschneit und Wuppertal sieht mega, mega schön aus und die Sonne scheint sogar noch. Ich muss eigentlich gleich mal rausgehen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich krank werde. Ich bin die ganze Zeit am Niesen. Auf jeden Fall wäre das doof, weil am Samstag bin ich in Wien auf der Glow und ich bin das erste Mal dann in Wien. Ich bin richtig cool. Ich freue mich schon voll. Ich bin schon voll gespannt. Alle schwärmen so von Wien und ja, ich freue mich. Wo ist dein Freund? Der ist in Bangkok. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder zu Hause und ich hatte einen Friseurtermin bei Dashi und der ist ja in Düsseldorf und ich habe mir einen Wecker gestellt auf 25 Minuten, also ein Timer, um irgendwie, keine Ahnung, 14 Minuten. Oder so oder 13.30 Uhr und ich bin einfach um 10 nach 4 aufgewacht und ich hatte um 4.45 Uhr den Termin und musste mich dann richtig beeilen. Aber was ich halt wollte, waren so ein bisschen Stufen vorne. Ich hatte nämlich neulich irgendwann so ein Bild von mir gesehen oder ein Video, wo ich Stufen hatte. Ich glaube, die waren aber in dem Video noch kürzer sogar. Also ich glaube, tatsächlich hier irgendwo haben die angefangen. Und das fand ich ganz cool und das wollte ich jetzt wieder haben und ja, ich bin sehr happy. Ich habe jetzt endlich wieder so einen Haarschnitt, weil Imra hatte ja meine Haare geschnitten und dann war ich danach nochmal beim Friseur, der hat das so ein bisschen korrigiert. Und dann war ich, glaube ich, ja seit über einem halben Jahr nicht mehr beim Friseur und die sahen dann auch dementsprechend aus. Jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwas machen, um mich wach zu halten. Und ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, was hier im Flur steht. Ihr seht es schon im Spiegel. Oh yes, also einmal das hier und einmal das hier. Leider ist niemand da und kann mir mit irgendwas von den beiden Dingen helfen. Marvin ist auch nicht da. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das einfach mal alleine versuche auszupacken. Das eine ist ein Tisch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den allein aufzubauen. Aber das andere ist ein Sofa. Und meine Hoffnung ist ja, dass es schon, naja, wahrscheinlich nicht. Ich bin so müde. Oh mein Gott. Nee, andersrum. Oder? Andersrum, 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 andersrum weg. Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich mache. Das tut echt weh. Wird da schon blau? Was mich aber meistens interessiert, ist die Holzplatte. Genau das ist der Grund, warum ich nie irgendwas aufbauen sollte alleine. Ich tue mir einfach immer weh. Ich bin so schwach. Hier in die Ecke kommt dann der Tisch und ich glaube, dass er da echt gut reinpasst. Ich glaube, der hat echt die perfekte Größe für da hinten. Ja, das ist wirklich sehr schwer. Ey, das haben zwei Typen innerhalb von 10 Sekunden die Treppe hochgetragen. Wie? Wie? Was waren das für Menschen? Waren das Menschen, die das hochgetragen haben? Ich kann es nicht mal schieben. Ich glaube, ich habe es nicht mehr so schnell. Ich glaube, ich kriege das auch nicht irgendwie. Nee. Wie soll das gehen? Ich glaube, man muss das hochkant durch die Tür schieben. Ich glaube, ihr habt es gar nicht gesehen, aber das Sofa passt nicht um die Ecke von der Tür, sondern man muss das dann hochkant dadurch schieben. Das kriege ich alleine jetzt nicht hin. Oder kriege ich das hin? Meine Mission war es, beide Möbel irgendwie aufzubauen, aber Tisch schaue ich mir jetzt gleich nochmal an, aber ich glaube, dass ich heute auch so ein bisschen zu fertig dafür bin. Yes, I gave up.